Sehr geehrte Fahrgäste, die Mitarbeiter der Erfurter Bahn begrüßen Sie recht herzlich und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, Leipzig-Möckern, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Leipzig-Plagwitz, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Leipzig-Knauthain, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Zwengau-Groß-Dalzig, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Pegau, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Profen, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Zeits, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Wetterzäube, der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Halte-Wunsch-Taster drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Krossenort, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Krossen an der Elster. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Halte-Wunsch-Taster drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Bad Köstritz, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Gera-Langenberg. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Halte-Wunsch-Taster drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Gera-Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Gera-Süd, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Gera-Zwürzen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Weida, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Weida, Mitte, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Weida, Altstadt. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Halte-Wunsch-Taster drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Leutsch-Hohen-Läumen. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Halte-Wunsch-Taster drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Hohen-Läumen. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Halte-Wunsch-Taster drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Triebes, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Zäulenroda unterer Bahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Mehlteuer, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Schönberg. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Halte-Wunsch-Taster drücken, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Feilitsch. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Halte-Wunsch-Taster drücken. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten unseren Zielbahnhof. Wir verabschieden uns von Ihnen. Auf Wiedersehen. Nächster Halt, Hof Hauptbahnhof. For your further connections, please pay attention to the announcements and information on the platform. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.